Sozialminister Alois Stöger von der SPÖ hat sich zu Wort gemeldet. Er hat heute gut angefangen. Er hat damit angefangen, dass der Verfassungsgerichtshof Ihnen Recht gegeben hat, nämlich indem er nicht zugelassen hat, dass der Bank Austria es ermöglicht wird, mit 7% sich aus der Verantwortung zu ziehen und die Verantwortung für die Zahlung der Pensionen der Versichertengemeinschaft überlassen hat. Sie haben gemeinsam dafür gesorgt, auch auf meinen Vorschlag, dass es hier zu einer Gerechtigkeit kommt. Ich glaube, da kann man applaudieren, das ist wichtig, da hat man Ihnen Recht gegeben und das finde ich sehr gut. Das ist eine wichtige Sache, nämlich, das ist die Sache, dass die Menschen in Österreich ein Vertrauen darauf haben können, dass sie Schutz haben, dass sie nicht davon abhängig sind, ob eine Bank will oder nicht will, ob der Finanzmarkt Geld hergibt oder nicht. Und Frau Abgeordnete Gamon, ich lade Sie ein zu mir ins Büro. Ihr habt einen U-Artikel, nämlich einen U-Artikel aus der Zeitung 1958. Da war ich noch nicht auf der Welt. Da war ein Jahr lang das ASVG in Kraft. Und da haben die Journalisten genau dasselbe gesagt. Das geht nicht, das kann sich nicht ausgehen und das wird sich nicht ausgehen. Und wir haben 60 Jahre und ein paar Monate in Österreich bewiesen, dass wir den Menschen die Sicherheit gegeben haben und pünktlich die Pensionen ausgezahlt haben. In allen Bereichen. Und wir haben es erweitert. Wir haben die Gruppen dazugenommen, die einen besonderen Schutz gebraucht haben. Ich bin der Abgeordnete Schwendner dankbar, dass sie gesagt hat, wir müssen trotzdem genau hinschauen, weil es gibt einzelne Personengruppen, die es trotzdem nicht leicht haben. Das ist richtig. Wir haben in der Geschichte auch manche Personengruppen dazugenommen. Es hat sich im Arbeitsprozess etwas verändert. Das werden wir auch in der Zukunft tun müssen. Aber das österreichische Pensionssystem ist das Pensionssystem, das europaweit, ich behaupte damit auch weltweit, das beste Pensionssystem ist, dass die Menschen die Sicherheit gibt, nicht Armut im Alter erleiden zu müssen. Das ist für mich wichtig und das haben wir auch geschafft. Wir setzen auch heute ein Signal. Wir setzen ein Signal, dass wir die unteren Pensionen mit 2,2 Prozent mehr anheben, weil wir sagen, Butter und Brot ist für alle teurer geworden. Und das kaufen Pensionistinnen und Pensionisten, die wenig haben, eher öfter ein. Und daher haben wir sie angehoben. Das ist der Vorschlag, der hier eingebracht worden ist. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, wenn Sie dem die Zustimmung geben. Wir haben auch ein Signal gesetzt, dass Pensionen über 5.000 Euro nicht erhöht werden. Und ich bedanke mich auch bei allen, die davon betroffen sind, dass Sie hier ein Zeichen auch der Solidarität für die Menschen setzen, die in Österreich lange gearbeitet haben und eine geringe Pension haben. Ich möchte auch Danke sagen, aber ich bin ein bisschen vorsichtig im Wahlkampf, weil man jetzt alles verspricht, weil aber dann so Kürzungsfantasien dastehen. Und ich sage das bewusst der Bevölkerung, wenn man öffentlich sagt, man will 13 Milliarden jährlich einsparen, dann würde ich sehr davor warnen, weil irgendwer wird das bezahlen. Und wenn man sich die Geschichte Österreichs ansieht, wenn man sich vor allem die Geschichte des Sozialstaates ansieht, dann waren es immer die Ärmsten in der Gesellschaft, die das gezahlt haben. Zuerst die Frauen, dann die Männer und immer die, die ein Leben lang gearbeitet haben. Also passen Sie auf, wenn Sie Ihre Stimme geben am Sonntag und was da dahintersteckt. Es darf zu keinen Einsparungen im Sozialsystem, es darf zu keinen Einsparungen in der Gesundheit kommen und es darf vor allem zu keinen Einsparungen bei den Pensionistinnen und Pensionisten geben. Mit dem heutigen Antrag setzen wir ein richtiges Zeichen und was mir auch wichtig ist, wir haben auch die Opferrenten, nämlich jene, die Kriegsopfer, die Sondersituationen haben, auch um 2,2 Prozent erhöht. Ich danke Ihnen, wenn Sie dem zustimmen. Das österreichische Pensionssystem könne sich im internationalen Vergleich sehen lassen, sagt Sozialminister Alois Stöger. Die aktuelle Anpassung sei ein deutliches Signal der Solidarität.